Du willst deinen Nachmittag so romantisch wie möglich gestalten. Was machst du? A. Essen im Lieblingsrestaurant B. Einen Ausflug in den Wald C. Einen Spaziergang am Strand oder D. Den Sonnenuntergang beobachten Du hast soeben eine Abenteuerreise gewonnen und du kannst eine Person mitnehmen. Für wen entscheidest du dich? A. Dein Geschwisterchen B. Deinen besten Freundin C. Einen deiner Arbeitskollegen oder D. Jemanden, der dir nicht nahe steht, damit ihr euch besser kennenlernt. Welches dieser Pärchen-Klischees würdest du wählen? A. Freundschaftsschlüsselanhänger B. Passende T-Shirts C. Freundschaftshalsketten oder D. Das Bild des Anderen als Smartphone-Hintergrund Welches dieser Charakterzug-Paare beschreibt dich am besten? A. Introvertiert und passiv B. Ehrgeizig und fokussiert C. Freundlich und sozial D. Kontaktfreudig und energisch Welche dieser Situationen magst du am wenigsten? A. Wenn Menschen dich zu etwas zwingen wollen, das du nicht magst B. Wenn dich jemand unterbricht, während du redest C. Wenn deine Freunde in letzter Minute die Pläne absagen oder D. Wenn andere über Leute hinter deren Rücken lästern Es ist Donnerstagabend und du bist hungrig. Was tust du? A. Du suchst online nach Rezepten und kochst dir was B. Du bestellst etwas in deiner Liefer-App C. Du gehst in dein Lieblingsrestaurant D. Du suchst nach neuen Lokalen in der Gegend und isst dort Wie verbringst du deinen Samstagabend am liebsten? A. Mit Binge-Watching von Serien oder das Aufholen von Büchern B. Du lädst Freunde ein, um ein paar Spiele zu spielen C. Du gehst in einen Film und holst dir danach was zu snacken D. Du gehst mit ein paar Freunden in den Club Wo würdest du gerne leben? A. In einer kleinen Hütte in den Bergen B. In einem Haus oder Apartment in einer Großstadt C. An einem weitläufigen Ort in der Vorstadt D. Irgendwo nahe des Strands Was ist absolut nicht zu tolerieren? A. Schuhe in deinem Haus zu tragen B. Jeans zu tragen, während du auf der Couch liegst C. Mit Socken zu schlafen Oder D. Eine einzelne Socke in der Waschmaschine zu finden Wie viele Freunde hast du? A. Nur einen oder zwei richtig gute B. Sehr wenige gute Freunde und viele Bekanntschaften C. Eine Handvoll Freunde Oder D. Schwer noch nachzuzählen Du lädst jemanden zum ersten Date ein Wohin führst du ihn aus? A. Zu deinem Lieblingscafé B. Zum Museum, um euch über Kunst auszutauschen C. Zu etwas spaßig Aktivem, zum Beispiel Klettern Oder D. Zu einer Comedy-Veranstaltung oder in eine Karaoke-Bar, um euch aufzulockern Auf wie vielen Dates warst du im letzten Jahr? A. Eins bis fünf B. Sechs bis zwanzig C. Mehr als zwanzig Oder D. Du hast aufgehört zu zählen Was hältst du vom Valentinstag? A. Zu kommerziell B. Ist okay, weder gut noch schlecht C. Erinnert dich daran, dass du für immer alleine sein wirst Oder D. Ist toll, du liebst es Welches ist das ideale romantische Geschenk, das dir deine Partnerin geben könnte? A. Ein selbstgemachtes Album mit euren Fotos B. Eine persönliche Geste, die etwas mit euch oder euren Insidern zu tun hat C. Etwas Nützliches und kein Kitsch Oder D. Die gute alte Schachtel Pralinen, Blumen und Kärtchen Du hast dich verabredet, aber du hast keine Lust Was ist deine Entschuldigung? A. Du stellst dein Telefon auf den Nicht-Stören-Modus und die Sache ist geritzt B. Du sagst, du seist super beschäftigt mit der Arbeit und du schaffst es einfach nicht C. Du antwortest mit Ist was dazwischen gekommen? Ich erklär's später Oder D. Wenn du einen Termin hast, wirst du da sein Keine Ausreden Wie fühlst du dich unter vielen Leuten? A. Du hältst es nicht aus B. Du blendest sie aus C. Kommt drauf an, wie nah du dran bist und ob es zu heiß ist Oder D. Du liebst es Fühlt sich an, als wärst du mit vielen guten Freunden unterwegs Bist du gerade in jemanden verknallt? A. Nicht wirklich B. Gerade nicht, aber alle verknallen sich in dich C. Du bist kurz davor Oder D. Absolut Warum kommen deine besten Freunde zu dir? A. Für stundenlange, tiefgründige Unterhaltungen über alles Mögliche B. Um mit jemandem über deren Probleme zu reden C. Um dich nach Rat zu bitten und in schweren Zeiten getröstet zu werden Oder D. Du bist die Freizeitbegleitung und bei allem dabei Welches dieser Dinge könntest du nur schwer aufgeben? A. Deine kuschelige Wohnung B. Dein Telefon, Laptop oder andere Elektronik C. Deine Freiheit Was ist für dich zur Zeit am wertvollsten? A. Erfolg B. Deine Zeit C. Deine Freunde und Familie D. Glück Welche ist deine beste Charaktereigenschaft? A. Dein Sinn für Humor B. Dein Mitgefühl und Verständnis für andere C. Deine Freundlichkeit D. Deine Offenheit für Neues Du siehst jemand sehr Attraktiven auf der Straße Was tust du? A. Du beobachtest denjenigen und wenn er dich sieht, schaust du weg B. Du lächelst im Vorbeigehen und gehst weiter C. Du lächelst und winkst Nur so auch Spaß Oder D. Wenn derjenige zurücklächelt, fängst du eine Unterhaltung an Redest du mit deinen Freunden über Beziehungen? A. Nein, du behältst das lieber für dich selbst B. Ja, du kannst deren Meinung gut gebrauchen C. Kommt drauf an Wenn ihr über Beziehungen redet, teilst du deine Erfahrungen schon Oder D. Ein bisschen Nur über das Wichtigste Stell dir vor, du bekommst eine geheime Liebesbotschaft aufs Handy Was ist dein erster Gedanke? A. Das ist ein Prank, bloß nicht antworten B. Jemand spioniert dir nach und du gerätst in Panik C. Keine Zeit nachzudenken Du rufst Freunde an und spekulierst über die Nachricht Oder D. Hm, wer könnte das sein? Öffnest du dich schnell anderen Menschen? A. Fast nie, nur wenn sie dir helfen können B. Nur wenn du sie gut genug kennst, um über Persönliches zu reden C. Du bist wie ein offenes Buch Oder D. Kommt auf deine Stimmung und die Unterhaltung an Welchen Typ Mensch ziehst du an? A. Den nerdigen Typ B. Kreative oder Künstler C. Menschen, die fürsorglich und beschützend sind Oder D. Freundliche und abenteuerlustige Menschen Du hast gerade 20 Millionen Euro gewonnen Wie gibst du die aus? A. Du bezahlst deine Schulden und kümmerst dich später um den Rest B. Du hilfst dir aus und spendest dann an gemeinnützige Organisationen C. Du machst eine Shopping-Tour mit Freunden und Familie Oder D. Du reist um die Welt Du hast ein ganzes Wochenende für dich Wie verbringst du es? A. Du bleibst drinnen, relaxed und spielst ein paar Videospiele B. Du lädst deine Freunde zu einer kleinen Runde ein C. Du schmeißt eine zweitägige Party Oder D. Du verlässt das Haus und besuchst Orte, an denen du noch nie warst Welche Jahreszeit magst du am liebsten? A. Winter B. Frühling C. Sommer D. Was bleibt noch übrig? Ach ja, Herbst Was ist deine größte Schwäche? A. Du bist so schüchtern, dass du nie für dich einstehst B. Du bist verträumt und vergesslich C. Manchmal kannst du kontrollierend sein Oder D. Du sprichst sofort und ohne nachzudenken aus, was dir in den Sinn kommt Zeit für deine Ergebnisse Wenn du oft A gewählt hast, bist du noch nicht dazu bereit, deinen Seelenverwandten zu treffen Gönne dir ein bisschen mehr Spaß und versuche ein paar Probleme zu lösen Mehr B heißt, du könntest deine bessere Hälfte schon Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres treffen Wahrscheinlich lauft ihr einfach ineinander Das wird doch eine lustige Geschichte Wenn du mehrmals C angekreuzt hast, könnte es schon die nächsten Wochen oder Monate passieren Womöglich trefft ihr euch online über die sozialen Netzwerke Oder über ein Forum, in dem ihr über Sachen redet, die euch beide interessieren Wenn meistens D. deine Wahl war, habt ihr euch schon getroffen Du hast es nur noch nicht auf dem Schirm Derjenige könnte in deinem Freundeskreis oder unter deinen Arbeitskollegen sein Du musst nur etwas genauer hinsehen und auf die Zeichen achten Viel Glück damit! Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast Gib diesem Video ein Like und teile es mit deinen Freunden und Freundinnen Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen könnten Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens